Hallo, es ist Dietmar Friedhoff und ich möchte Ihnen heute meine Wahlkampfkampagne zur Bundestagswahl vorstellen. Als erstes mein erstes Plakat, einfach frei leben. Ja, ist es denn nicht einfach in Deutschland frei zu leben? Ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es in Deutschland eben nicht mehr einfach ist, frei zu leben. Haben wir noch das Recht, uns frei zu versammeln? Haben wir noch Meinungsfreiheit? Ist unser Wohnraum noch frei? Ist er wirklich unantastbar? Ich glaube, dass die AfD immer an ihrer Seite war, wenn es nämlich darum ging, ihre Freiheitsrechte zu wahren. Und Sie können ganz klar sagen, dass die AfD auch weiterhin verlässlich an ihrer Seite steht, wenn es nämlich darum geht, Demokratie und Freiheit zu schützen. Als zweites habe ich mein Plakat, denken wir Zukunft. Sie haben bestimmt bei allen Wahlkampfflyern und Wahlkampfplakaten aller Parteien gesehen, dass das Thema Zukunft doch offensichtlich kaum eine Rolle spielt. Aber ich als konservativer Politiker habe gesagt, es wird mal Zeit, dass man Konservatismus richtig versteht. Konservativ zu sein, heißt doch nicht rückwärtsgewandt zu sein, verstaubt und verkrustet zu sein. Im Gegenteil. Es heißt doch eigentlich nur, bewährtes Funktionierendes zu erhalten, aber offen für Neues zu sein. Aber offen für Neues heißt in Deutschland doch mittlerweile nur noch, ideologisch offen für Neues zu sein. Es findet gar kein Streitgespräch mehr über den richtigen Weg statt. Wer gegen den ideologisch grün Kurs ist, ist doch gleich ein rechter. So weit sind wir schon in unserem Land. Und als nächstes halte ich Ihnen mal die großen Plakate vor die Kamera. Und Sie sehen, überall haben wir einen Schmetterling, den wir auch als Pin tragen. Was bedeutet dieser Schmetterling? Erstmal ist es Natur. Umweltschutz ist Heimatschutz und für Heimatschutz steht die AfD. Deswegen ist Naturschutz und Umweltschutz ein klassisches konservatives Thema. Ein AfD-Thema. Und wie ich ja schon oft gesagt habe, vom Mond aus gesehen ist die Welt nicht grün, die Erde nicht grün, sie ist blau. Und deswegen heißt Umweltschutz blau wählen. Umweltschutz ist Heimatschutz. Letztendlich ist Umweltschutz AfD. Aber wir tragen diesen Schmetterling auch aus einem anderen Zweck heraus. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Deutschland sich gerade in einem Puppenstadium befindet. Aus dem bald ein Schmetterling schlüpft. Ich hoffe, dass keine Motte daraus schlüpft, sondern dass die Wählerinnen und Wähler richtig verstehen, um was es bei dieser Bundestagswahl geht. Dass aus diesem Konkon, aus dieser Puppe ein wunderschöner Schmetterling entschlüpft. Einer, der schwarz, rot und gold ist. Ein Schmetterling, der wieder stolz empfindet für seine Heimat, für seine Kultur und für seine Tradition. Deswegen bitte ich Sie einfach. Wählen Sie schlau, wählen Sie blau. Treffen Sie die richtige Entscheidung bei der zukünftigen Regional- und Kommunalwahl. Die richtige Entscheidung bei der Bundeslöswahl. Denn diesmal geht es nicht um etwas. Es geht um alles. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Wie Süß ist das? Untertitelung des ZDF, 2020